So, hallo und herzlich willkommen. Ich wollte dieses Video schon seit einiger Zeit machen und finde jetzt letztendlich die Motivation und Zeit dazu. Ich möchte euch heute bei Dragon Quest Monsters alle Paarungen zeigen und ganz am Ende werde ich noch ein Team vorstellen. Okay, dann soviel dazu und los geht's. So, wir sind gerade in der Bibliothek. Ich habe alle Monster gesammelt. Das sind insgesamt 215. Genau, und die werde ich euch jetzt alle zeigen. So, dann beginnen wir bei den Slimes. Was möchtest du nachlesen? So, als Kind dachte ich mir, die heißen Slime, aber natürlich heißen die Slimes wie Schleim im Englischen. Genau. Gehen wir alle durch Dark Slime, Punk Slime, Flug Slime, Slime Baum, House Slime. Die ist gar nicht schlecht, der kann sogar heilen. Das ist der Slime, den man anfangen kriegt und der ist auch nicht schlecht. Der kann nämlich Feuer und Madante. Und Madante ist die stärkste Attacke im ganzen Spiel. Der Heilslime ist auch nicht schlecht, den kriegt man auch relativ früh und der kann allheilen, was ziemlich cool ist, weil es die ganze Truppe heilen kann. So, Fang Slime, Fels Slime, Slime Burg, Slappy, Punk King, Slime King, Mad Slime, Lava Slime und der Gold Slime. Jetzt sind wir wieder am Anfang, genau, beim Dark Slime. So, jetzt die Drachen als nächstes. Mit dem Dragon Kid beginnen wir. Der ist auch nicht schlecht, der kann Gigasort, das ist nämlich stärkste Attacke und Dämon Heap ist auch nicht schlecht. Gift Extra, Dontrak. Die Paarung ist klar, nehme ich mal an. Also oben ist immer das erste Mal, was man paaren muss, unten ist das zweite. Das Geschlecht ist egal, das heißt der Drache jetzt könnte männlich oder weiblich sein und der Beißabfall, den man entsprechend auch männlich oder weiblich. Genau, aber das müssten die meisten ja schon wissen. Den Zaurus ist nicht schlecht. Der Megatrak ist auch gut, den braucht man für viele höhere Paarungen auch. Ich glaube, Gottrak und Megatrak macht einen Drachlord, aber das sehen wir dann noch. Genau, die Harnweeper, Windweeper, Burger, Yamata, Kampfrex, Skatrak, Gottrak und das dürften auch schon alle gewesen sein, genau. Dann kommen jetzt die Biester dran als drittes. Als erstes der Züngler. Ihr könnt das selber lesen. Catfly, Biest, Wollrate, Nino, Yabba. Der sieht gar nicht aus wie ein Biest, finde ich, aber auch so egal. Ähm, Tänzer. Stimmt. Das Unicorn ist auch cool. Das kann Heil und Leben und Antidot, das ist sehr gut zum Heilen von geschwächten Einheiten oder zum Wiederbeleben. Das kann man leben. Wie aus zwei Affen ein Elefant wird und dann aus zwei Elefanten ein Löwe wird, verstehe ich bis heute nicht, aber das ist halt die Dragon Quest-Philosophie und Logik. Sein Pelz ist sehr kostbar. Die Fragezeichen heißt, das muss ein Monster aus der Fragezeichenreihe sein. Also, dass das auch klar ist. Also, ich könnte jetzt ein beliebiges Monster aus der Fragezeichenreihe nehmen. Nicht, dass man jetzt denkt, man kann das nicht erpaaren, weil es keine Fragezeichen gibt, weil es bloß Fragezeichenort gibt, sondern man kann mit einem Biest und einem Monster aus der Fragezeichenreihe kann man den Tauros erpaaren. Noch ein Panther. So, genau, da waren wir schon wieder gewesen. Jetzt kommen die Vögel dran. Hm. Genau, greift ein Charme an, fleischfressend. Firebird, Vempi. Ob man überhaupt mal pannen kann. Naja, wissen, welche zu fangen. Vogelfeldslime. Kampfeule. Der Hölgeuer ist nicht schlecht, der kann auch Allheil und Mega-X, das ist schon ziemlich gut. Genau, und Eisfalke und Phönix. Gut, Eisfalke ist ein bisschen schwieriger zu bekommen als ein Phönix, aber Phönix geht ziemlich leicht zu bekommen. Und außerdem kann man auch dann den Skyrack wieder paaren. Donnerer ist nicht schlecht. Rockvogel, Tanzvogel und der Buntvogel. Der hat auch wieder Madante dran, was ziemlich stark ist. Genau, und das waren dann auch schon wieder alle Vögel. Dann geht's weiter mit den Pflanzen. Kürle die Beute mit seinem süßen Baumsaft. Orakulum. Mantra-Akra. 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 Eisfalke-Kraut. Schnapper. Und die Kampfhose. Und das durfte schon der letzte Teil. Ne, Quatsch, Warte, wo kommt noch? Mit Mühsel, Pfeffer und Nachahmer. Und das war's dann auch schon, was die Pflanzen betrifft. Dann geht's weiter mit den Insekten. Ah, Entschuldigung. Ähm, Insekt, Slime, Panzer, Gräber... Ist ohne schlecht eigentlich, er kann Feuer, Heil und kann die Karte anzeigen lassen, der Oktophus. Der Hornkäfer ist nicht schlecht und Skorpion auch? Garnele, Schnecke und wir sind wieder durch, genau. So, jetzt die Teufel, das wird schon ein bisschen interessanter. Pixie, Arc-Demon, Erz-Demon eigentlich. Wer hat denn mal als Kind gedacht, der heißt Arsch-Demon, aber er wird ja mit CH geschrieben, nicht mit SCH. Was kommt von Arc bestimmt, also Erz, denke ich mal. Erz-Demon. So, Aurum. Uniclown, Kremlin. Der Löwenhals ohne Schlechtegern, auch Allheld sehe ich gerade. Das ist ziemlich gut sogar. Kron-Mann, auch Intauros, Explore-Wind-Eis, Urk-Oga. So, nicht intelligent, aber ein Expert im Schwertkampf. Genau, Akuba ist das, Mad Knight. Gigantes. So, Jamiroos ist nicht schlecht. Halbvogel, halbbiest. Durang ist auch noch Teufel, okay. Der Kampf ist in dem, wie er möchte. Die Draht wird da. Gut, jetzt mal wieder am Anfang. So, und die Zombies kommen jetzt. Ahem. 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 Todesadel ist unschlecht. Todesadel ist unschlecht. Das ist eine schlechte Tats, das ist eine Beschwörungstechnik. Death King. Wieder jetzt Mystik, ein rotlegender Zombie. So, anfangen wieder. Und jetzt noch die Materie und dann die letzte Gruppe. Wenn der Wüten wird, explodiert er an die Fege, einen anderen zu imitieren. Mid-Hand. Die Fege. 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 die Mimik, die kennen wir, Golem, Statue und der Goldgolem aus Es-Dämon und Lava-Dämon, der mit Big Bang auch eine sehr starke Angriffstechnik hat. Der Goldgolem, der aus Metall geschaffen wurde. Und jetzt die interessanteste Gruppe natürlich, die letzte Gruppe mit den ganzen Bossen. Das wäre erstmal der Traglord. Genau, der wurde aus Dämon und Megatrag geschaffen. Nicht aus Gott-Trag und Megatrag, sondern aus Dämon und Megatrag. Er versuchte die Welt zu erobern. So, Traglord 2 ist das. Das wahre Gesicht des Traglords. Hagon, Sidor, Velamov, Soma, der Böse steht sogar bei dem Dämonenkönig. Pizarro, Duran und Gotrak. Es-Targ aus Pizarro und König Leo geschaffen. Und mit Gigasort wieder als Technik. Das ist sehr stark. Mirodoras, Es-Targ und Gold-Slime. Mirodoras, Mirodoras, Zwei. Das ist auch Drakdorum aus Klamour und Wartaburg geschaffen. Und jetzt sind wir auch schon mal am Anfang wieder. Gut, dann soviel dazu. Und dann stehe ich euch noch mein Team vor, wie versprochen. Und zwar sind das ein Gott-Trag, ein Gold-Slime und ein Ymiros. Genau, wie ihr sehen könnt, sind die alle auf Level 99. Und haben auch alle Fähigkeiten auf 999 oder Vakilität 512 und Intelligenz 255. Genau, und ich habe das auch beim Gold-Slime geschafft. Aber ohne Cheats, ich habe so lange gegen die Frau mit ihren Medikamenten gekämpft gehabt. Bis ich irgendwann nach einigen Tagen alles auf 599 geschafft hatte. Also es ist nicht geschädet, falls die Leute das glauben. So, Nett ist der eine. Normal und Nett wieder. Die Attacken sind Giga-Heil, Terra-Flamm, Licht-Atem, Mega-Leben. Big Bang und Madante. Madante können glaube ich alle, genau. Giga-Heil kann auch er. Glitzer, Big Bang, Madante. Und der Ymiros kann sogar All-Heiler noch. Und Big Bang und auch Madante. Genau. Ja, die Väter waren ein Yamata und Skytruck im ersten Fall. Dann ein Slime-King und ein Gold-Slime im zweiten Fall. Und bereits ein anderer Ymiros und ein Höll-Biest. Genau. Dann soviel dazu. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem weiteren Video. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss. Ja. Entschuldigung für den schlechten Ton, aber ich wollte es auch nicht rausschneiden. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis bald. Und noch etwas für diejenigen, die das Kaninchen Video gesehen haben sollten. Der liebe Kniff, die ist mittlerweile bereits ausgezogen. Also. Danke noch fürs Zuschauen und Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.